Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start, diesmal nicht in Mario Maker, sondern in Mario Kart 8. Ich hatte ja vor zwei Wochen circa eine Aufnahmesession gemacht mit euch, um mit euch zu fahren und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitfahrern bedanken. Die meisten konnte ich ja auch zuordnen, ein paar allerdings nicht. Man sieht ja die Namen auch immer eingeblendet, am Ende des Rennens sieht man auch nochmal alle. Und ja, danke an alle, die mitgefahren sind und ich bin auch froh, dass elf Leute zusammengekommen sind. Und ja, ich glaube es gab sogar Interesse für mehr, aber die haben es halt dann nicht geschafft, aber ich bin froh, dass elf Leute zusammengekommen sind. Genau, insgesamt habe ich vier Runden aufgenommen, allerdings habe ich mich jetzt mal für diese entschieden. Ob ich die anderen verwerfe oder weitere Aufnahmen mache, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal schon. Aber auf jeden Fall werden die Mario Kart 8 Videos eher unregelmäßig kommen und ja, diese sollen vor allem für Off-Topic-Zeug sein. Ich bin da ja noch nicht so geübt darin, so über Off-Topic-Kram zu reden. Man sieht es zwar manchmal in den Mario Maker Videos, dass ich das mache, aber ich finde das dort nicht so wirklich passend. Zumindest nicht, wenn das dann einen längeren Videobereich einnimmt, also eine größere Video-Zeit meine ich. Und ja, ich möchte halt dort über das Level reden und auch den jeweiligen Baumeister würdigen. Und ja, ich habe es schon in der Vergangenheit ein paar Mal ausprobiert, aber mir gefiel das nicht ganz so gut. Und von daher möchte ich den Off-Topic-Kram lieber hier besprechen. Und ja, das erste Thema, was ich anschneiden möchte, ist Speedruns. Ihr habt das ja wahrscheinlich schon gesehen. Ja, natürlich habt ihr das gesehen. Ich habe ja schon einige auf meinem Kanal. Ja, ihr habt gesehen, dass ich wieder Speedruns mache. Ja, jetzt bin ich auf den Punkt gekommen. Und ja, die Speedruns, die sollen ab jetzt auch so ein regelmäßiges Format auf meinem Kanal werden. Wobei, ja, die kommen eigentlich nur dann, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Also, es ist eher unregelmäßig, aber doch irgendwie regelmäßig. Ja, mal schauen. Und ja. Hier sieht man jetzt gleich die Namen der Mitfahrer, die mitgefahren haben. Nämlich der Lars, der Nico, der Stefan, dem Timdo, Johannes, Random Mark und der Lukas, der Max, der Leon und Jonas und ein CPU Mario. Und einen Namen habe ich leider vergessen. Da war es schon zu schnell weg. Und wir sehen uns gleich wieder. Genau. Und hier sieht man nochmal alle Namen. Auch die, die ich vergessen habe. Oder denjenigen. Und ja, zurück zum Thema Speedruns. Die sollen, wie gesagt, ein regelmäßiges Format auf meinem Kanal werden. Und mir ist dabei natürlich klar, dass die Rekorde wahrscheinlich gebrochen werden. Vor allem, weil die Leute, die sehen ja das Video dann und können sich ja dann die Techniken, ja, die können die Techniken nachmachen. Und vielleicht auch noch eigene Gedanken mit einbringen. Aber, das ist mir egal. Das habe ich jetzt entschieden. Ich werde jedenfalls nur Aufnahmen hochladen, mit denen ich selbst zufrieden bin und ich als sehr gut ansehe. Sollte jemand den Rekord brechen, freut es mich natürlich. Da ich die Leute quasi zu einem Speedrun motivieren konnte. Wofür ich allerdings ein bisschen Angst habe, ist, dass mir die Leute halt jetzt nur noch schwere Level oder sogar sehr schwere Level einsenden. Weil sie denken, ich könnte sie schaffen. Das stimmt zwar auch. Und ich kann dieses Level sicherlich auch schaffen. Aber ich muss dir sagen, dass meine Speedruns zwar schon spielerisch gut sind. Aber sie haben halt in der Regel nichts mit Kaizo-Leveln, also schweren Leveln, zu tun. Kaizo-Level und Speedruns sind zwei völlig verschiedene Welten. Kurz gesagt, bei einem Speedrun spielt man ein Level und versucht im Anschluss mit diversen Techniken und Tricks immer weiter seine Zeit zu verbessern. Und bei Kaizo-Leveln hingegen müht man sich mit unzähligen Versuchen ab, um überhaupt das Level erstmal geschafft zu haben. Ja. Und sendet mir jemand ein schweres Level ein oder sogar ein sehr schweres Level, wird die Aufnahmezeit in der Regel immer sehr lang. Ich sterbe unzählige Male und habe dann vielleicht irgendwann das Level geschafft. Aber ich werde zwar solch eine Level schon probieren, aber wenn ich merke, dass sie zu schwer sind oder im Verhältnis zur Aufnahmezeit pro Versuch kaum was schaffe, dann werde ich sie wohl abbrechen. Also wenn ich zu oft sterbe und zu wenig schaffe pro Versuch, dann werde ich es wohl abbrechen. Und hier wurde ich wieder mal gut getroffen. Ich wurde allgemein sehr oft getroffen in den Aufnahmen, aber das war mir schon klar. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr das dann verstehen könnt, wenn ich die Level abbreche, wenn ihr sehr schwere Level einsendet. Und ja, wie gesagt, die Speedruns, die werden unregelmäßig kommen, nämlich immer dann, wenn ich gerade Bock habe. Ansonsten kommt in der Regel jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video. Und an Wochenenden auch meist je eines um 10 Uhr, sofern ich es schaffe, damit das auch jetzt klar ist, wann die Videos kommen. Und hier wurde ich siebter und Leon wurde erster und vier Yoshis auf Platz 2 bis 5 und vier Yoshis ganz weit oben auf Platz 1 bis 4. Ja, das freut mich doch sehr, wenn die Yoshis hier Mario Kart 8 gut vertreten. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und dann kommen wir auch schon zu den letzten Themen. Nämlich der Smashlabs Mario Maker Wettbewerb. Der ist zwar schon jetzt ein bisschen her und deswegen kann ich auch nicht mehr so viel sagen. Weil ich auch die Level nicht mehr ganz so in Erinnerung habe. Aber ich werde auf jeden Fall alle Level und deren Bookmark-Links in die Videobeschreibung posten. Und natürlich auch die Ergebnisse von allen. Und ja, bei den ersten drei Platzierungen waren wir, also die Jury-Mitglieder, uns eigentlich auch einig, was die Platzierungen angeht. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr diese Level natürlich auch spielen und denen auch einen Stern geben. Und ja, allgemein kann ich vielleicht noch sagen, dass jedes Level irgendwo Fehler hatte, die halt zu Abzügen geführt haben. Aber, genau. Aber sie waren allgemein schon recht gut. Zumindest, ja, die ersten acht oder so. Je nachdem. Und ja, bei vielen ging zum Beispiel einfach die Zeit aus. Und vorgegeben waren ja fünf Minuten, in der man das Level auch ohne Checkpoint-Nutzung schaffen sollte. Und ja, darauf muss man in Zukunft achten, dass da die Zeit nicht ausgeht bei den Leuten. Ja. Und einen Level konnte man sogar fast komplett skimmen. Und ja, das war, glaube ich, die Bombenfabrik. Ja. Dort kann man eine Bombe nehmen am Start, um sich eine Abkürzung freizuspringen. Ist zum Glück jetzt nur einem aufgefallen. Mir nämlich nicht. Sonst hättet ihr das im Video gesehen. Aber wenn das jetzt den anderen auch noch aufgefallen wäre, und mir auch, dann wäre das wohl ein bisschen schlechter bewertet worden. So war es, glaube ich, Platz vier. Das sehe ich dann nachher. Und jetzt bin ich wieder Platz eins. Yay! Aber ansonsten muss ich natürlich sagen, dass die Level, wie gesagt, im Großen und Ganzen überdurchschnittlich gut waren. Und es hat mich gefreut, die Level spielen zu können und auch bewerben zu können. Und ja, die Nachfrage von euch, von einem weiteren Scheiße-Wettbewerb, war relativ hoch. Und ja, leider konntet ihr ja nicht mehr mitmachen, weil das halt ein Smashlabs-Wettbewerb war. Aber genau deswegen habe ich nun auch einen Wettbewerb geplant, der auch demnächst schon angekündigt wird. Viel möchte ich noch nicht dazu sagen. Auch noch nicht, was das Thema sein wird. Aber ich denke, dass auch dieses Event ein Erfolg sein wird. Nicht zuletzt, weil ihr dann auch alle daran teilnehmen könnt. Und wer weiß, vielleicht wird es in Zukunft sogar regelmäßig Wettbewerbe geben. Jedenfalls werde ich euch auf den Laufendenhalten auch über die Durchführung euch Bescheid geben. Ja, alles zum richtigen Zeitpunkt. Ich rechne ja mit 50 bis 100 Einsündungen. Allerdings kann man das schlecht einschätzen, aber das sehen wir dann. Und Yoshi ist traurig, aber er braucht eigentlich gar nicht traurig zu sein. Dann insgesamt bin ich noch auf Platz 3. Und ich sehe gerade, das war wohl eine gute Aufnahme, denn in den anderen Runden war ich etwas schlechter. Okay, bis gleich. Ja, und diese Einsendungen, die müssen natürlich auch irgendwie bewertet werden. Ich kann natürlich nicht alle 50 bis 100 Level spielen in einem Video. Das geht nicht. Aber ich habe mir da schon etwas ausgedacht. Und ja, auch darüber werde ich euch auf dem Laufendenhalten. Beziehungsweise, wenn der Wettbewerb dann angekündigt wird, werde ich das Ganze erklären. Und ja, andere kleinere Projekte, abseits davon, sind auch noch geplant. Aktuell gibt es ja hauptsächlich die User Level und die All-Star Parts. Und ja, die Speedruns und die Wettbewerbe, die zähle ich jetzt auch schon zu den anderen Projekten, sage ich jetzt mal. Wobei sich das mit den Wettbewerben noch herauszustellen muss, aber ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Und es wird noch andere kleinere Sachen geben. Aber lasst euch da am besten überraschen. Das wird dann irgendwann kommen. Allerdings wahrscheinlich auch eher unregelmäßig. Ja. Und das war es dann eigentlich schon mit dem ersten Video. Mit dem ersten Mario Kart 8 Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fahren hier nochmal wie ein Verrückter in den Babypark rum. Wenn ja, könnt ihr dem Video ja dann einen Daumen hoch geben. Oder beziehungsweise einen Kommentar schreiben. Oder beides. Würde mich sehr freuen. Und ja. Ich habe das Video live nachkommentiert. Also. Ich habe es. Die Themen. Genau. Ja. Jetzt sind wir schon fertig. Ich habe den Faden gerade verloren. Auf jeden Fall war das live nachkommentiert. Also ich habe jetzt nicht nur das Gameplay dahinter gesetzt. Ich bin jetzt aber auch nicht so viel aufs Gameplay eingegangen. Sorry. Aber auch ich muss da noch so ein bisschen üben. Und. Der Lars wurde erster. Und. Drei Yoshis dann auf Platz 2 bis 3. Ja. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mehr aufs Gameplay eingehen. Auch. Aber. Eben hauptsächlich auf Topic. Und. Wie ich das mache. Weiß ich noch nicht. Eventuell werden die Talkvideos ein bisschen kürzer. Oder. Ich teile die Cups einfach auf. Oder ich zeige einfach random ran. Das weiß ich noch nicht. Aber. Das werde ich dann schon noch irgendwie sehen. Ja. Und. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und. Ja. Danke fürs Zusehen. Nochmal. Und. Bis zum nächsten Mal. Und. Ciao. Euer Blöckstuh. 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 Vielen Dank.